Ich bin irgendwo in der Nähe von Joseph. Hallo, ist da jemand? Autogramm? Ich wollte mich für Italien gewerben. Ich bin 20 Jahre alt, Single. Gut gebräunt. Weit. Schöne Frauen. 1960. 1960. Deswegen meine Trauheit. Freude sein. Schönen Lager. Ich würde mich freuen, wenn sie mich anschauen würden. Tschüss. Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann? R.A.W.L. Und wenn er kommt... R.A.W.L. R.A.W.L. Jetzt. Warum jetzt muss man Fußball? 6 Uhr, warum jetzt? R.A.W.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.. Sehr gut, Nico. Genau so. Macht Spaß hier! Juhu! Wer ist der jetzt alles? Ja, die Ideale, der deutsche Passbruch. Ja, das ist doch ehrlich. Ganz ehrlich, krass! Wir werden Ihnen rein gehen, ihr Essen klauen! Jungen! Komm, wir gehen und sagen, wir müssen runter rein! Ich muss kommen! Ey, wir überfallen die jetzt! Das war so richtig! Das war so richtig! Das war richtig. Ich bin der letzte Dach, das hat sich nicht gespürt. So sieht es noch aus. K.O. A.A. Am A.A. Aber richtig. Einfach alle müssen raus! Chris, du musst mal so gucken, der alles so übel glotzt. Ich bin der letzte Dach. Ich bin der letzte Dach.